so halli hallo leute heute mal eine runde minecraft mit dem jegi wie ihr schon seht also aka hardcore sexy nie wer meinen kanal verfolgt und irgendwie hat er mich heute überredet mal eine adventure minecraft mitzumachen wenn ich mir so die gesichte hier angucke an den wänden habe ich schon angst so was steht hier enter hier ok ich geh mal ne ja du gehst mal vorhanden aber das normal so gilt die easy ohio hello and will complete enjoy the you should be breaking blocks made of clay secrets are hidden to test you guck mal die truhe doch ich will alles kaputt mache ich will den kann man die truhe rein das ist geil ohne scheiß die haben echt langweil also jegi hat es gerade schon mal gespielt deswegen ja angespielt also ich bin ja das kann das ist so ein zwei spieler map ja genau geht so ihr item enter the map through the hole after arriving in your cell read the instructions ok ich geh mal hier den zweiten und nehm das mal so hier rein ich hab das introbuch ich hab ich hab leder leder und und was für leder und drei stimmt mein texture pack nicht so ich hab hier letztes mal gemerkt dass das nervte den davon geräusche dass wir hier nicht rauskommen außer wir tun dass wir jetzt kaputt machen oder nehmen mal das buch welches buch auch so sieht zu deiner spieler vielleicht besser aus wenn die das lesen also intro ich hab schon you wake as you always do dripping sweet and sense of dread make me sick shoes yeah why was the only way you remember how you could shovel gain your attention to the gods then oh ne ehrlich das ist mir viel zu viel lest selber durch das ist eh bloß die hinterkommission und hier gibt's lindens die ok feuerzeug hast du jetzt genommen oder hast du genommen wenn dann eh ja nimm du egal ich hab's auch noch nie gemerkt wofür man es braucht aber deinem screen muss ich mein toll du kennst ja die ist schon das freundliche sonstwo hin ich laufe schon mal nicht in der mitte aus protest und ich laufe vor allem nicht schnell wenn ich auf den treppen kannst du aber immer an den treppenabsatz solltest du immer gucken ob ne pressure plate irgendwo ist so hier ist noch ein buch drin kannst du ja immer nehmen ja ich hab schon gelesen so wie auch wenn du alles durchlesen kannst du einfach die seiten öffnen die spieler klicken dann einfach auf pause hin zu lesen wollen wie nicht finde key ok jetzt wird lustig man's room ich sag schon mal so auf den tollen ist nix und da kannst du jetzt reingehen in die wards main entrance place key hier ok welches bist du gegangen dann kannst alle gehen drücke einfach den schalter hier runter der von lady in freund ist nicht so schön pink ob schock würden klo mit ganz vielen schönen schaltern ich alle angemacht habe dafür nur wie es kann mal aus aber ich will ins ladies rum gehört da rein was auch ich mache jetzt mal alle türen hier einfach wo der ist denn los und passt bei der ersten hier auf also ich habe gemerkt dass die eigentlich bis zwei spieler geht okay er muss hier stehen bleiben und der andere muss laufen okay bleibst du stehen oder soll ich stehen bleiben bleiben stehen du bleibst stehen dann stelle ich mal drauf ich habe eine kuchen bekommen ja ich vermute mal den knopf soll ich nicht drücken kannst du glaube ich aber passiert hat nix okay doch jetzt bleiben die ausgefahren aber dann geht's doch alleine ne geht's nicht naja wenn du den schalter hinten umlegst naja wenn du den schalter hinten umlegst ja muss schnell sein was ist hier die tür war frei was war geschrei hier ich kann mich auch nicht mehr da geht's mit pressure plate gerne hier wenn du dir auf die pressure plate gehst kommen die doofbewohner raus also kommen die reingefallen sozusagen in die gefängnisdinge hier hier ist eine kiste zum beispiel da kann man hin da sieht auch nix außer dass die doofbewohner dann frei rumlatschen hier ist aber auch nix drin von daher ist auch nix auch nix ich bin bloß oben nah am dran und ja ja das ist auch vorne rennt rum nichts besonderes ist halt so eine art gefängnis ja so hier ward 7 hier sind einfach nur das gemälde wisse stellst du voll davor ja hier sind einfach nur das gemälde du da ja ich brauch nur einen moment okay ein haufen gemälde also ich habe das klassische texture pack drin weil ich gerade minecraft 9 seert habe für meinen zuschauer nicht mein übliches ich habe schöne bilder dran meine handelt irgendwie von tod und verderben ja ich habe so ja alle von gebäuden halt passend zu meinem ghostrider scan irgendwie hier ist es ohne mehr aber nicht schlimmer zu werden 9 ja nix schlimmes bieter so als heil im hospital die ist oben das schild war immer da aber wo bin ich jetzt hat sich da die tür geöffnet kann redstone torch wo ich die auch immer brauche ja wozu was passiert wenn ich auf die anderen drücke nix rolle da kannst du einfach alles probieren sinnlos also wenn man die bestraft wenn man falsch drückt ist irgendwie schon sinnlos so das ist gemeint das ding worten wieso ich bin da rückwärts durchgelaufen auszusehen weil ich den schalter einfach an der anderen hier angebracht hat er wird auf etwa hier sollten wir glaube ich wenn ich glaube ich bin einfach mal oder du rennst nach oder wir machen die tür auf und rennen dann okay ja hier ist kein schalter zurück 0 ich frage mich was jetzt passiert bleibt man lieber dahinten in der tür drinnen stehen wenn ich den hier oben drück ich glaube dann kommt nämlich oben lava raus ja es tropft ja schon ein lava oben ja ja drück und wir rennen halt nie oft ob die türe sich in mach einfach ja tür geht auf ich habe mich erkannt eher wie wir zurückkommen mir sieht das geil aus mc patcher kommt hier runter ich muss abschneiden uhr gefunden ich habe einen melonen gefunden steak und was schon wir haben du auch mal so eine maschrum dingens da ich habe meinen zeichnet angelegt sollte man vielleicht mal machen ich auch nicht gemacht jetzt hast du zweimal pilze oder immer pilze du hast du das zweite mal doch genommen oder eigentlich schön aber es wird nie bei mir angezeigt komischerweise ja hier so jetzt hält ich wohne gerade eher dass das das aber nicht von oben runter geflohen kommt weil die türe mit einem achtelblock drinnen hängt und da fließt die lava nicht durch ganz einfach so toll sind nämlich wieder hier rausgekommen ah ok bei wort achso deswegen bist du rückwärts durch gelaufen das ist sinnlos kannst du auch mal trotzdem mal rein laufen ja und endet im vielleicht muss ich einen redstone torch hier anbringen drücken nix bin da mal außen lang gelaufen das ist einfach die treppe ins nichts dann nehme ich halt wieder an mich wenn du durch diese tür geht halt schützt gedrückt das geht danach also ok dann fällst du nämlich nicht runter du bist doch ein creeper oder er wurde fällst tief und bist dann tot also ich guck generell glaube ich nicht so einfach was eigentlich hier drin nix ok da ist glaube ich wieder einfach bloß durchbewohner aber ohne diesmal was aufmachen zu können ja insel littlewood im kleinen wald ohne namen hier ist ein namenloser ich will den namen reinschreiben jetzt will noch einen namen reinschreiben hier ist ein namenloser bei mir bei mini pride panda bei mir stehen auch keine namen dran hier denke hier vorne in der littlewood captain sparkles und nils in der sich nicht lesen kann dann ist das halt bei denen so wir müssen jetzt einfach habe ich gemerkt hier den hebel abmachen nämlich ihn auf ich jetzt hier rüber ich habe eine redstone torch du hält wie das damit oder so sehr viel einfacher das wäre vielleicht als schlüssel viel logischer ich nicht drauf geachtet der hoch und krill kann es benutzen ok wieder ganz zeit beschreiben aber kann ich selber noch schreiben wenn du schreiben willst doch ich schreibe letzte seite nein wenn man schreiben könnte mit rechtsklick oder so den linksklick ist egal und darfst vorlosen da stehen schilder bin ja hier schon lang gelohnt als bitte kacke westerbrett rumpen ab der fahrer blocken ok ok nein ich nehme nicht die mitte ist egal man weiß nie mal hier ist eine kiste und jetzt will schwarz ist es weiß warum ich nicht die mitte nehmen wir das mal holzschmerzen hast du sollst genommen ich habe schon eins ins wetteren also ein wonderweil rabel biont haus habe ich hier ganze klei blöcke was steht hier ist gut am ende ist please ask for assistance door open the door ready when you read the book ok ich bin ja ein buch weg freedom ist das und das getting out okay irgendwas will uns nicht rauslassen Alles klar. So, ich mach' die Tür auf. Wupp. Das zischt nach Creeper. Alles klar. Ähm, Benni, das ist das von uns, weil ich gesagt hatte, da hab' ich auf den Schalter gedrückt und du hast gesagt, warum drück' ich da auf den Schalter? So, ich hab' ein geiles Easter Egg noch auf der der Map halt entdeckt, wenn du jetzt hier nach oben krabbelst. Da siehst du A, wo es lang geht. Aber wir müssen jetzt uns möglichst ne Treppe bauen, ne? Ja, also nie, was soll ich hier wegschlagen? Ich wollte mir auch ne Treppe bauen. Hier geht's raus, so. Jetzt bin ich auf dem Schild. LOL. LOL. Dämlich. Dämlich hoch fünf, wenn das so funktioniert. Entrance, 66. Ewig machen können, aber... Es ist einfach, naja, ich sag' mal nix dazu. So, und jetzt hier lang? Ach so, da hinten, okay. Verstecke hier, gemeine Verstecke. So, Achtung, leider. Ja und, rutsch doch dann runter. Ja, ne, ne, dass du zu weit läufst und dann nach unten fliegst. Schlag dich gleich, wenn du mir weiter solche Vorschriften machst. Ich hab' ein Schwert, denk dran. Und ich kann dich anzünden. Und hat mir trotzdem irgendwas getan beim runtergefallen. Please certificate to peaceful. Issue with mobs, enter at own risk. Aber wenn, dann musst du das jetzt machen. Ja, ich hab' ja schon. Hier ist noch ein Buch drinne. Olle, noch mehr Scheißbücher. Also wir können entweder, du machst das jetzt richtig schwer. Oder du machst das leicht. Weil hier unten ist auch, äh, große Jumping Puzzle Challenge. Also wenn du das Ding geschafft hast, oder was heißt das auf Deutsch jetzt? So gut Deutsch, aha. Sprung-Rätsel? Hier. LOL. Da war Erdekörner, die hab' ich jetzt schon genommen. So ne Scheiße? Aus, deshalb hier nicht rumspringen. So, hier ist noch ne Lederhose für dich. Lederhose, ich hab ne Hose an. Überhaupt schon. Aber wir müssen doch hier rumspringen. Wir müssen doch da... Ja doch, hab' ich. Bei mir zeigt sie voran. Ähm. Wir müssen doch hier rumspringen. Wir müssen doch da hoch. Nein, wartet doch mal. Bleib doch mal hier stehen. Ach, du hast Erde. Ja, oder Kies. Ist egal. Und ich hab' irgendwie auch noch Stein, wo ich auch mal den her hab'. Ja, Kies hab' ich auch. Cheater. Geht schneller und leichter. Cheater. So ehrlich, die Adventure Labs sind doch nicht ganz ausgereift. Muss ich mal so sagen. Damit noch lange fl chịu sein will. Be greater. Blablablablablablla. Blablablablabl Sakura. Blablablablailablablablablablla. Back to easy, normal, hot, whatever. Okay. Hab' ich schon gemacht. was ist wenn ich hier den kaputt haue kann ich rausgucken das ist nicht alles kaputt machen was ich kaputt machen kann in der sinnvollen zeit mache ich kaputt die steine dass man jetzt schon mal wieder anspielen kann da kann ich immer solche adventure maps auswählen no more stairs please please oh god no more stairs okay warte mal jetzt muss ich was ins buch schreiben aber aber ich mache gerade keine geräusche an da kommt so ein scheiß ich habe ein holzschwert so ein held ihr schütten und have killed me okay habe ich aber nicht gemacht noch mehr ehrlich mal ganz in der tausende bücher du kannst das aber hier reinpacken die bücher aus jedes einzelne buch mitnehmen das ist eine rüstung soll anziehen und habe ich doch schon längst an das weiß nicht warum sie nicht anzeigt ich sehe immer noch so ein skelett mit innereien wahrscheinlich dein update funktioniert nicht wort alle running from unfair treatment the past ex weil ich würde sagen the past oder war das richtige wenn ich das die bücher jetzt halbwegs überflogen habe das kann damit zusammenlegen erliegen dass ich mein texture pack mannähe mit dem mc patch durchgehebt hat das fort als hat normal aus der aus ja wir sind jetzt doch wo noch hat reingefallen ich habe muss der ersten diese komische buch als ich bearbeiten kann geschrieben courtyard ihr stopp ist sport patient war okay irgendwie patienten so dass es hier das mit dem schwarzen humor ich würde mich wieder hier durch buddeln heute zur seite und ich komme wieder wenn ich habe ich habe ich hier mc us mc patcher dastehen tja wieso mit dem schwarzen humor zum glück nehme ich jetzt nicht auf so wird pressen me startet nein ich will keine knöpfe drücken die irgendwelche komischen leute sagen die ich drücken soll ja guck dass du erst mal an was das hier ist hinter dem glaskarten hast du dann guckt das ist ja nix einfach drücken oder ich drück siehst du wie der stirbt gemeinheit also rutscht bei mir bloß mal wieder hin und her er stirbt aneinander weiter ähm ja weiter wo ist denn der humor also schwarze aber wo ist der humor wo pressure plate und ein schwein da steht da er scheint you read from a book long ago comes to mind kipik muss ich wirklich musst du alles nur schaltung ist es geht doch so wie gesagt verkackt wird auch das schwein dafür gibt es essen käsepick dieses schluss wird zweimal fleisch gekriegt dadurch ich hab das vor wahrscheinlich das unter mir angezündet ein so ist es war kurz was ein und nicht zeug anzünden er darf aber er ihnen die überlebt das doch locker ihr seid da war es gut jetzt wird auch nicht gleich gegessen oder was anscheinend Das wollen wir wieder anhalten, das war Komm vor Der zündet ja hier Feuer an Nicht wollen Ja Also hier sind zwei Schalte Eine Seite, eine Seite Okay WTF Ja, geil, ne? Ich hab ein Bett Ich hab das unnütze Zeug erstmal alles oben in die andere Kiste reingelegt, weil ich das nicht brauch Welche andere Kiste? Ja, die ich grad leer gemacht hab ... Ja, ich bleh noch mal waschen, ich will aber auch alles doppelt Find es einfach mit Ach nee, ich weiß glaube ich, warum Oder? Weiß ich Nee, ich lass mal lieber die andere Hälfte hier da Hattet ein dummes Gefühl Mach du mal Orensdörner Das war Da, 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 da Da, da, da ... Da, 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 da Das sind Eisenhornig In verzauberten Eisenhornisch In verzauberten Eisenhornisch Ja, du bist sicher So, vor uns nehme ich an der Stelle, wo ich halt nicht weiterkam Jetzt kommt erstmal was anderes Tolles, also ein paar Fackeln mitnehmen Hast du Musik an bei der Minecraft? Hier ist keine Ahnung, aber ja, eigentlich schon Okay, dann Achtung, hör auf die Musik